Moin Leute, ich bin jetzt zurück bei Cyberpunk 2070 mit der Mission Desaster Piece, jetzt müssen wir hier immer noch Evelyn auswendig machen, geht zum Hauptgebäude. Judy Everest ist hier in der Karriere geblieben und leitet mich an. So, ich bin mal gespannt, was ich hier gleich machen muss. Ist kaputt. Oh, shit. Ist auf jeden Fall bewaffnet. Moin. Das war natürlich sehr schloss gerade gemacht, ich weiß. Aber, egal. Ich gehe eben auf Rambazamba, wie ihr kennt. Vieles richtig. So ist nicht die Frage. Wie ist er gehört? Gehst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen. Hm. Kann nichts machen, shit. Ähm, ja, mein großes Problem ist halt immer noch, ähm, die Schloss. Deine Teine Die Nicht so! Wenn du einen Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir einen zusätzlichen Das hört sich an, ob der du Krieg kriegst, wenn du in der ganzen Welt bist Ich kann auch irgendwie Muni herstellen. Es ist eher schief gelockt, was schief gelockt kann. Kann oben mal dieses Menü verschwimmen? Nein! Kann dieses Menü mal verschwinden, ist das ein Bug oder was? Wahrscheinlich ja. Ja sorry, jetzt hängt das ganze das Menü wieder um. Ich kann da gerade nichts machen. Das ist wohl alle Bug. Super! Geschicht. Ah! Das kann ich eurer Scheißer sein! Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Alter, das Menü oben. Das Menü oben, ey. Ich geh es nicht weg, sorry. Ich weiß nicht, was da los ist. Oder warum das nicht weggeht, sorry. Oh Scheiße. Oh! Ey, kannst du mal noch rüberspringen? Ach shit, komm durch. Ich sehe noch nicht, ob meine Leiste was am Bugner ist hier. Warte ein Spiel, ey. Na ja. Muss auch mal wieder sein. Vielleicht kann voraus. Verschaffe dir Zutritt in die unteren Ebenen. Ich hab keine Munition mehr. So, ähm. Ich möchte gerne was herstellen. Itemherstellung. Munition, Gewehre, ah. Stolen brauche ich nicht, aber Gewehre. Hab ich jetzt noch nichts mehr gestellt? Hab ich so heute, ne? Oder? Ja, ruhig. Warte mal noch ein bisschen mehr. Weil ich die Kamera sehe mich hier die ganze Zeit. Ich hab einen Weg runter gefunden. Siehst du meine Position? Ja. Bin sofort da. Warte auf. Moment. Sorry. Ja, es ist alles ansteigend. Sorry. Mich. was? Quick Hackmenü. Ja. Das soll sich mal verpieseln. Alles in den. Halt. Äh. Halt. Falsch. Ne, das ist es nicht. also ich bin auf jeden fall kleidungsthänisch noch sehr sehr schlecht ausgestattet das sieht alles ziemlich scheiße aus aber naja bin da wir müssen zum untergeschoss 2 ich wette da halten sie sie fest sieht aus als wären es nur die spitze des eisbergs was die Die Hälften waren angewiesen. Stoi! Stoi! Ich bin nach Mobile Methionin. Wir müssen hier RPM kochen. RPM. Ich hab jetzt immer mit dem Stück gestreut. Wenn wir uns alles looten, dann gehen wir noch viel zu laut. Egal woraus. Was? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was? Ja, ich triff das nicht mehr nur. So. Hey, wie? Mach was, verdammte Scheiße! Erledige dich, schnell! Gehen. Acker? Das ist vielleicht eine Chaos-Aufnahme, ich kann mich da noch mal entschuldigen. Ne, du scheiß Ding rufen vorne vor hier. Was ist denn da rausgenommen? Neue Waffe. Ich habe einen Levelaufstieg, ja geil. Oh, neue Waffe gekriegt. Nice. Mit ganz viel Kram dran. Ich mach auch gleich mal. Verschwinde da, sonst ziehen sie uns! Es sind alles durcheinander und das Ding nervt hier links oben. Zur Hölle! Okay. Echt jetzt? Das ist das Ende! Vorsicht, ihr habt was gehört! Ah! Sehr fast! Nicht loszustehen! Gesichert, geh weiter! Moment! Hier ist so viel noch! Hier brauchen wir noch die Tür da! Hey! Hey, ich bin ja nicht mehr. Nutze den Quick-Hack-Erwirkungsmöver um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller Fügbaren Quick-Hacks bitte durchgehen. Ja, wenn ich das drücke, dann passiert aber nix. Ich versteh's nicht. Es geht auch nicht weg. Anschein. Klassiker. Geht immer. Wobei die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastik-Teile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Ich spiel' gerade vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich will halt alles mitnehmen. Und wie gesagt, links oben da ist das Ding, tut mir leid, dass das so kacke ist. Das scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Und jetzt? Hä? Huh? Hä? Hä? Das war's für heute. ich sei es hier meine energie auch nicht weil die oben links ist ja Oh, was sie hier gemacht. Hier kommt ein Kumpel. Es ist nicht so. Ja, ich bin zu dir. Ja, ich bin zu dir. Bliad, nicht. Oh, das war das. Es ist ein Schöner. Es ist ein Schöner. Es ist ein Schöner. 0-1. Schöner. Töner! Los geht's! Los geht's! Was ist kommen Forever? Ich sehe die Kinder, die sind auf der Seite. Ich weiß nicht warum, ich mach das halt immer weil ich Punkte haben will, Erfahrungspunkte Ich weiß nicht warum, komm raus, ich hab mir so geredet, mit dem Buch Ok Vielleicht ist sie ja hier Sie haben ihn in eine Virtu geschickt und gekillt, dann seine Implantate rausgerissen Ich hab's neues gekriegt Ok Wo bist du? Nah am Studio, glaub ich Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen Stehst eher auf die harte Tour, was? Warte ne Sekunde auf mich Was? 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 Das war, ich bin jetzt einfach weg Einfach ausgeschaltet Was? 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 Hast du gehört? Das ist Evelyn, fass sie bloß nicht an Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn Lass mich erst ihren Link trennen Ok Bescheid bevor du es rausziehst, dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung Alles klar Ok Ok Dann mal los Ok Los geht's Mach dich bereit Und? Jetzt! Hm Gott sei Dank Evelyn, hörst du mich? Bringen wir sie in Sicherheit Und zwar schnell Wohlang Ich hab die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt Na dann zu den Aufzügen Ah, ich weiß mal Nicht rödeln, wie? Wir müssen sie hier rausholen Ja, lass mich dort durch Hä? Soll ich da lang, dann sind wir auch noch ein paar Stunden Ach, da ist er schon wieder Ok Hä? Hä? Ja Ich muss raus, ich weiß schnell Was muss raus? Ja, das war die Mission mit dem schon tollen Anzeige-Bug oben links ja, sorry neue Waffe gekriegt, sehr schön gleich mal gucken, welche das wohl war dann Upgrades kann ich auch noch machen hat sich gelohnt, die Mission definitiv komm schon, ist doch nicht so schwer bitte, nur eine für mich brauchen ist was für Poser das stinkt verdammt Quatsch nicht mach endlich ne Kippe an nicht Raucher sind die Pest ich hab echt nur Pech gehen wir rein willst du Wurzeln schlagen? hab diesen Horrortritt nicht auf mich genommen um vor der Tür zu stehen scheiße nicht gut so ja, die nächste Mission die werden wir gleich sehen das haben wir geschafft dann müssen wir uns da wenn die Anzeige bei gewissen Spiele erst mal neu starten, alles geht's nicht ähm gehen wir mal kurz ins Menü rein so, ich hab einen Punkt, den ich verteilen kann ich weiß immer nicht, wo was ich das verteile um jetzt zu sein, vielleicht spare ich auch erst mal äh was ist das besser den dämon Data Mining sodass so ein Zugangspunkt ok, das wird zu gut jetzt hab ich nichts weiter so, Inventar genau, da hab ich auch noch ein paar Sachen gekriegt da hab ich erst mal ein bisschen aufräumen hier wieder wie gesagt, die weißen Waffen können eigentlich recycelt werden also, weil ich das wenn das immer man braucht ja auch Platz irgendwann ne die Brünn lass ich nochmal drin obwohl die kann ja auch verkaufen naja, mal gucken so ein bisschen aufräumen wie viele Plätze hab ich denn noch ein paar hab ich noch ok äh da kommt die kann auch weg ich hab eigentlich ganz gute Waffen mittlerweile bin ich mal zufrieden, sag mal so äh wir können da was einsetzen was alles genau bedeutet und was ich einsetzen kann ja ist halt dahingestellt ne aber ich mach's auf jeden Fall hier ist natürlich so schon viel eingebaut natürlich ganz geil eigentlich wie man da halt hier noch produzieren kann und so die Werte verbessern kann ist eine andere Frage aber ja mhm und ja mit der Ausrüstung hier da muss ich auch nochmal gucken ich weiß nicht was es bringen soll wenn ich hier was anderes anhabe ob das jetzt irgendwie wie Gesundheit gibt oder nicht ich hab keine Ahnung ich bin mir da überhaupt nicht sicher aber so sieht eigentlich im eingemaßen okay aus und dann muss ich auch immer nochmal Sachen kaufen irgendwann wann weiß ich nicht und ja und dann haben wir natürlich ganz viel nebenmissionen offen aber ich verfolge halt eben die Hauptmission erst mal weiter so geht's nicht nach oben dran ich bedanke mich herzlich herzlich fürs Zusehen nochmal sorry gesagt unbedingt die Quick Hack Menü da ich weiß nicht was das sein soll ich weiß nicht keine Ahnung ob es gleich wieder weg geht bis denn reingehauen danke für den Support tschüss bei euch bis jetzt bis jetzt bei euch